Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Helwig. Als Webdesigner und leidenschaftlicher Blogger nutze ich WordPress bereits seit vielen Jahren. In diesem Video-Training möchte ich Ihnen zeigen, was WordPress so einzigartig macht und das sowohl aus Sicht eines Redakteurs als auch aus Sicht eines Webentwicklers. Wir beginnen mit der Installation des Systems und widmen uns anschließend ausführlich dem Administrationsbereich. Dabei schauen wir uns an, wie Sie Inhalte erstellen und veröffentlichen können und Ihre Website verwalten. Danach tauchen wir ein in die Technik von WordPress. Sie erfahren, wie ein Theme aufgebaut ist und wie Template-Dateien, Conditional Tags und der WordPress-Loop funktionieren. Dieses Wissen setzen wir auch gleich in einem Beispielprojekt praktisch um. Wir beginnen mit einem klassischen Blog und ergänzen dieses Schritt für Schritt um komplexere Funktionen. Dabei lernen Sie alle Features von WordPress ausführlich kennen. Außerdem lernen Sie alles, was Sie für die Veröffentlichung auf einem Live-Server benötigen. Ich zeige Ihnen, an welchen Stellen Sie Ihre Website noch verbessern können und wie Sie Fehler aufspüren und beseitigen. Außerdem erhalten Sie zahlreiche Tipps, wie Sie WordPress beschleunigen, Ihre Seite für Suchmaschinen optimieren und das Design für Smartphones und Tablets optimieren. So rüsten Sie Ihren Webauftritt für alle Anforderungen des modernen Internets. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und einen guten Lernerfolg mit diesem Videotraining von Galileo Press.